Herzlich willkommen zur SHK TV Reportage. Mit der Kampagne Deutschland macht's effizient bringt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Energiewende in den Heizungskeller. Schließlich schlummert dort ein großes Energiesparpotenzial und zwar in Form von alten Heizungspumpen. Der Austausch dieser alten Pumpen ist nicht nur eine ökologisch sinnvolle Maßnahme, sondern bietet auch Chancen für das SHK Fachhandwerk. Neben der wahnsinnig großen Energiespareinsparung, die man durch den Austausch der Pumpen erzielen kann, macht es jetzt doppelt Sinn, das zu tun, weil die Bundesregierung sich entschlossen hat, den Pumpenaustausch mit 30 Prozent auf den Nettobetrag der Rechnungen zu sponsoren. Vilo informiert einerseits den Endkunden direkt über die Pumpenförderung, bietet aber auch Unterstützung für das Fachhandwerk. Da ist einmal unsere Homepage, wo man sehen kann, dass man mit drei Klicks ganz einfach diesen Antrag bei der Bar verstellen kann. Und das ist ja natürlich nicht nur für private Endverbraucher, sondern auch für die kommunalen und für die gewerblichen Endverbraucher. Dann haben wir das Stromfresserpaket, das nennt sich so. Das kann der Handwerker nutzen, um ganz einfach seinem Kunden zu zeigen, wie kann ich denn eigentlich Geld sparen und wie werde ich noch vom Staat unterstützt dabei. Die Firma Hardes ist einer der SAK-Fachbetriebe, die bereits aktiv die Pumpenförderung bei ihren Kunden bewerben. Der Betrieb mit 50 Mitarbeitern ist in allen klassischen Bereichen der Haustechnik unterwegs und setzt einen Schwerpunkt auf den Kundendienst, sowohl im privaten als auch Objektbereich. Wir beteiligen uns gerne an der Pumpenförderung, weil das ein interessantes Geschäftsmodell für uns ist. Die Umsätze, die dort zu generieren sind, sind einigermaßen hoch mit einer interessanten Marge. Und zur Auslastung des Geschäftes trägt sowas natürlich außerordentlich positiv bei. Daniel Korditschke ist der Leiter des Kundendienstes bei der Firma Hardes. In einer kleinen Schulung hat er die Kundendienstmonteure auf den Pumpentausch vorbereitet und sie mit den Informationsmaterialien vertraut gemacht. Wenn die jetzt irgendwo im Heizraum reinkommen und sehen eine alte Pumpe oder eine Pumpe, die einen Lagerschaden hat, erklären sie den Kunden mit dem Stromfresserpaket, was zu tun ist, wenn sie die Pumpe tauschen wollen und helfen den Kunden dann dabei. Wir haben gerade also ältere Kunden viel im Kundenstamm, hilft ihnen dann über die Pumpenförderung im Internet diese Förderung durchzuführen. Nachdem wir dann das OK bekommen von der Pumpenförderung, die BAFA-Nummer, tauscht dann der Monteur vor Ort die Pumpe aus. Vom Pumpentausch können nicht nur Privathaushalte profitieren, sondern auch Betreiber von öffentlichen und gewerblich genutzten Objekten. Wie die Erfahrungen bei der Firma Hardes gezeigt haben, lohnt es sich auch hier aktiv zu werden und beispielsweise Angebote, die nicht zu einem Auftrag geführt haben, noch einmal durchzugehen. Da habe ich speziell dann die Hausverwaltung angerufen, Hausverwaltung oder Contracting-Firmen, habe sie über die Pumpenförderung hingewiesen und dadurch habe ich sogar zwei, drei Aufträge bekommen, die ich eigentlich nicht bekommen hätte, weil das war natürlich schon eine riesengroße Ersparnis. Also ich habe am Verteiler zum Beispiel größere Vilo-Stratus-Pumpen getauscht, wo die Kaufsummen also natürlich auch viel größer sind und da war natürlich die 30 Prozent eine feine Sache. Jede verkaufte Pumpe trägt zudem nicht nur zum Umsatz bei, sondern wird von Vilo auch mit Bonuspumpen belohnt, die gegen attraktive Prämien eingetauscht werden können. Daneben ist aber die Marketingwirkung beim Endkunden, die durch eine solche Aktion erzielt werden kann, nicht zu unterschätzen. Das ist eine perfekte Gelegenheit einmal zu zeigen, wie kann man Umsatz machen zusätzlichen, aber auch als für den Kunden als Berater aufzutreten. Ich als Handwerker mache meinen Kunden aktiv darauf aufmerksam, wie er Strom sparen kann, Geld sparen kann und gleichzeitig noch vom Staat gefördert wird. Die Pumpenförderung ist eine längerfristig angelegte Kampagne und ein Besuch auf der Website zur Kampagne ist jedem nur zu empfehlen. Das war die SRK-TV-Reportage. Schalten Sie auch morgen zu unserer Marktsendung ein. Bis dahin. Tschüss.